Nein! Na? So. Hier war ich aber scheinbar schon mal unten. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern? Dann gehen wir doch da lang. Wobei es hier wahrscheinlich nicht lang geht, sondern hier einfach nur der... Ja, hier geht es wieder raus. Okay, dann brauche ich da nicht hin. Okay, Leute. Ja. Keine dieser Höhlen war groß genug für heute. Also eigentlich nicht das, was ich mir erhofft habe. Aber gut. Vielleicht finden wir da vorne noch irgendwo eine. Hier zum Beispiel. Ah, that's what I'm talking about. Oder? Noch mehr Eisen, super. Und ich höre wieder Viecher. Keinen blassen Schimmer, woher die kommen. Äh, wo die sind. So. Noch mehr Eisen. Sehr schön. Eisen ist doch immer gut. Ich kann ja bald ein drittes Paar Rüstung machen. Und doppelte Ausführung an Werkzeug aus Diamond. Oder ich arbeite bald nur noch mit Diamond... Äh, mit meinem Diamond-Scheiß. Mit Iron-Werkzeug. Weg. Okay, hier muss ich mich erstmal runterkragen. Ei, 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 ei. So. Gut. Das machen wir noch weg. Und hier ist noch mehr Eisen. Und das ist mein Eisen. Wenn ich später auch so viel Diamant finde, dann bin ich glücklich. So. Abwärts geht's. Na? So. Da sind wir auch schon. Ich sehe schon das erste Skelett wieder. Auf geht's. Stirb. Geh weg. Ah. Und ich sehe jede, jede Menge Kohle. Wie zum Beispiel da. Wo ich gleich gucken werde. Eiei, okay. Jetzt haben wir was Großes gefunden. Vermute ich mal. Lasst uns abbauen. Plopp und plopp. Mal jetzt schnell gucken. Fehlern habe ich noch keine. Okay. Sonst hätte ich jetzt was ausprobiert. Da gehen wir noch nicht hin. Wir gehen erstmal hier lang. Und da ist ein Zombie. Da war ein Zombie. Hallo Zombie. Komm, ich bastle mich zu euch runter. Haha. Haha. Stimmt. Haha. Stimmt. So. Aber hier ist nichts. schön okay doch hier ist eisen ha ha eisen so jetzt aber wieder raus hier wir wollen da hoch oder ich will da hoch zumindest und ihr auch denn sonst wärt ihr nicht mehr da jetzt hättet ihr schon abgeschalten so da gibt es schon wieder zwei verschiedene wege super da geht es runter wo komme ich denn dahin ist da was irgendwas ne nicht wirklich gut dann da lang den uaah skelett ach und ich hab meinen bogen nicht mit ich depp au ja ich kann ich gerade nicht um dich um ein skelett aua stirb jetzt du hoch scheiße und ich höre irgendwo eine spinne rum krebsen so erst mal kohle abbauen und dann wieder eisen ha 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 so lecker lecker kühlschädel ich hoffe ich werde jetzt nicht überrascht von den spinnen so da ist eisen perfekt da ist noch mehr eisen und da wird schon wieder ein zombie okay so hier erstmal alles ausleuchten fuck ey okay da sind mit mir wieder viel zu viele gänge da unten geht es auch lang ja super 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 ja jede menge Rohstoffe allerdings wird es auch gefährlich mit den Gegnern weil man weiß nie hinter welcher Ecke welche lauern und welchen Gang man jetzt noch nicht erkundet hat sprich welcher noch dunkel ist da kann halt immer jemand rausspringen ein zombie ein creeper im schlimmsten fall aber hier gibt es jede menge kuhle leckenchen marsch und eisen finde ich ja schon mal gut und irgendwie sind die mir viel zu nah die geräusche wahrscheinlich wenn ich jetzt hier durch pullen würde durch die wand würde ich wahrscheinlich genau auf einen zukommen so da oben waren wir jetzt noch nicht hier hat es nämlich oh nein nein ok ich habe ihn gefunden aber ich will hier noch gar nicht lang ich wollte eigentlich wollte ich noch wo wollte ich hin da wollte ich hin so zack 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 niesen ach ja ach schön ok so die sind wahrscheinlich wieder unter uns die zombie viecher aber hier sind momentan keine das finde ich ganz angenehm haben keinen hunger haben volle energie rüstung noh geht können wir uns zur noten neubasteln schnell wir haben genug eisen dabei nachdem wir das eisen umgewandelt haben natürlich dass es ein bisschen dauern kann so zack da noch und da oben ist schon wieder eine andere höhle die muss ich mir mal markieren mit einem schicken kreuz in der wand wo was denn jetzt da wo wieder jede menge eisen ist ok wir gehen aber erst nochmal hier lang und dann da runter ich glaube jetzt haben wir eine schlucht gefunden was sehr cool ist jetzt nämlich schienen ich kenne mich zwar mit schienen überhaupt nicht aus aber oder ich habe mich geirrt aber so eine schienenbahn würde ich auch noch hinkriegen vom berg zum feld vom feld zum berg so das 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 und das das ist eigentlich gar nicht gut wenn ich hier so buddel und nichts erhält habe und äh jederzeit ein monster store so da kann ich Suppe draußen machen das nehmen wir auch mit das ist immer gut das ist immer gut noch mehr kohle und ich werde hier nie wieder rausfinden aber egal da ist es wieder das gute das wir jetzt am anfang noch nicht alle tunnel erleuchtet haben kann ich mich nämlich daran entlang orientieren welcher es erleuchtet welcher noch nicht und die wo noch nicht erleuchtet sind da war ich eben noch nicht da weiß ich okay da bin ich falsch so da muss auch noch was rein da krebst wieder was durchs wasser das werden wir jetzt erstmal weg machen so denn hier hat es noch äh eisen fuck you so egal wo ich buddel ich fall immer irgendwo runter wo es dann direkt nochmal 15 gänge gibt aieieieiei ok zack ja ich habe keine ahnung ich muss jetzt halt mir dann immer einen raussuchen äh indem ich weiterlaufe von den der 15 wo mir zur Verfügung stehen und ja naja jede Menge Kohle zack zack no problem habe ich crafting table mache ich mir nochmal krass fett hier da zack 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 so ähm ähm ja das will ich nochmal schnell machen so drei stück haben wir da dabei dich nehmen wir wieder mit und weiter geht's klack klack die zwei noch die zwei noch oah fuck you ach Gott ok das hat mir die Wahl erleichtert ich geh jetzt einfach hier lang noch mehr Kohle da können wir ja dann richtig viel da können wir ja dann richtig viel Glas herstellen wo ich mir darüber zumindest keine Sorgen mehr machen dass mir irgendwann die Kohle ausgeht oh ne da ist auch wieder irgendwas und da auch hei 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 wir gehen geradeaus weiter vielleicht auf dem Rückweg könnten wir da nochmal vorbeischauen in die Gänge und uns dann noch mehr verlaufen so wo war da war es Directly abgebaut bam und zack und da vorne ist auch noch etwas ich fände es ja mal cool wenn ich jetzt irgendwo in eine Sackgasse kommen würde und zurück müsste von wegen in den anderen Gang rein müsste aber so wie es aussieht nein da geht es nämlich auch schon wieder weiter oh Gold cool ähm wo war es hä da Moment ich bin hier reingekommen und habe hier ach das war alles bloß Scradle ja gut dann bauen wir mal Gold ab so ok Leute und jetzt wird es lustig denn ich sehe Diamant hahaha geil ok hier ist nichts da müssen wir uns aber vorsichtig sein hier hat es fucking Lava wenn ich jetzt sterbe dann kotze ich vor allem wenn ich dann genau deswegen hehehehe ja das erheitert mich denn ich hätte mir eventuell einmal Wasser mitnehmen sollen den ich hier hätte hinpflanzen können im Notfall habe ich natürlich auch nicht gemacht na gut so na das und das wir sind immer noch safe sehr gut und so jetzt mal gucken ich werde jetzt das alles von oben abbauen genau und erst wenn nichts kommt wir das schnappen das basteln wir gleich mal zu dass da nichts passieren kann Moment buddeln uns von der Seite ran halt direkt zugekippt so ja da müssen wir jetzt gucken schön Sicherheitsabstand machen wir erstmal das hier zu arbeiten uns dann langsam nach unten oder wir können von der Seite eigentlich auch das habe ich gesucht denn jetzt können wir von hier aus das alles mal zu machen zack 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 gut ein Diamant ha 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 wir haben ein Diamant ich weiß gar nicht wie viel ich für so eine Crafting Table brauche äh für so eine äh wie heißt Crafting Creation Enchantment Table für so ein Ding wo ich meine Werkzeuge verbessern kann halt ne Oh Gott ok gut Redstone würde ich auch gerne mal mitnehmen so ein Ding wo ich jetzt noch ein Ding mitnehmen kann kann es nicht einfach mal verschwinden jetzt danke nicht